Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, viele von euch haben schon drauf gewartet, wann kommt endlich mein Video raus zu dem Umbau von meiner Wärmepumpe. Ja, heute ist es soweit, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe gerade eine Altbausanierung, eine etwas größere, deswegen ist Zeit gerade ein bisschen Mangelware. Aber ich habe jetzt noch eine kleine Bilderserie zusammengestellt für euch. Es sind viele Bilder, aber ich denke, das ist dann doch für den einen oder anderen von euch interessant. Dann fangen wir gleich mal an. Ja, ich habe ja meine Wärmepumpe umgebaut, wie der ein oder andere schon mitbekommen hat. Ja, und zuallererst mal, ich habe das Ding jetzt umgebaut aus ein paar Gründen. Einmal war die Wärmepumpe vorher auf der Westseite vom Haus. Da hatte ich den, ja, schneetechnisch das gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, Dachlawinen und so weiter. Das habe ich einfach bei der Planung absolut nicht berücksichtigt. Und ich weiß nicht, wie es die nächsten Jahre ist mit dem Winter, ob da wieder so ein Schnee kommt oder so viel Schnee kommt. Ich weiß es nicht, ja. Und weil ich es nicht weiß und das vermeiden kann, habe ich mir gedacht, ich baue das Ganze nochmal um. Weiterer Grund war die Hydraulik. Ich habe bei der Planung das übersehen, dass das keine 32er Sunnypex-Hohre sind, also innen 26 Millimeter. Also vergleichbar 28er Kupfer ungefähr, was für so eine Wärmepumpe eigentlich schon fast das Minimum ist. Und ja, ich habe das einfach übersehen. Das heißt, ich habe da real ein 26er Sunnypex, das heißt innen DN20. Und DN20 ist einfach zu wenig für diese, ja, so 8, 9 Meter irgendwo, was real irgendwo sind, zum Sternpunkt von der Heizkreisverteilung. Dementsprechend war die Hydraulik auch nicht so geil. Außerdem wollte ich wissen, ob das einen Unterschied machen kann oder einen Unterschied macht. Ja, wenn die Wärmepumpe auf der Südseite vom Haus steht, gibt es immer wieder Diskussionen. Wir werden es erfahren. Das heißt, ich versuche mal das Ganze irgendwie messtechnisch zu erfassen, muss ich mal schauen, ob das geht. Theoretisch ist es ja so, dass die Pumpe dann auch etwas weniger pumpen muss und vielleicht ist dann ein paar Zehntelgrad auf der Südseite irgendwo mehr. Ich kann es mir mal nicht vorstellen, so viel erhoffe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie gesagt, Schnee ist erstmal auf der Südseite unterm Balkon, wo sie hinkommt, kein Thema mehr. Ja, dann fangen wir mit dem Ganzen an. Dann, wie gesagt, das allererste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal eine Betonplatte gebraucht. Ja, die Wärmepumpe steht unterm Balkon. Das heißt, ich muss da erstmal eine, ja, so eine kleine Schalung habe ich da gebaut, ja, mit, ja, ein bisschen Holzbretter und ein bisschen so Verschnittgedöns, was ich da rumliegen gehabt habe. Und habe da erstmal, ja, so ein Gitter rein, also so ein, für E-Strich, so ein kleines, ja, ein bisschen so ein Armierungseisen einfach. Also es ist nicht viel, bloß, dass ein bisschen was drin ist. Dann habe ich da so ein Hilfsgestell gebaut aus ITEM, dass die Abstände auch stimmen. Das ist dann so, wie das Gestell nachher für die Wärmepumpe auch im Endeffekt ist, nur eben höher. Und habe dann da unten so, ja, so Gewindestangen wieder reingemacht. Ja, das habe ich dann einbetoniert. Und, ja, dann habe ich das halt mal probehalber mal hingelegt, damit man so einen Eindruck hat, wie das von den ganzen Abständen her so passt. Ja, passt da hinten ganz gut hin, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich das einfach mal, ja, so geplant. Dann habe ich erstmal Beton gekauft. Ja, klar braucht man ein bisschen was. Und dann erstmal die Betonplatte gegossen. Ist dann eigentlich ganz gut geworden, wie ich finde. Wie gesagt, ich betoniere jetzt auch nicht so oft. Aber das hat jetzt eigentlich schon gepasst von der Oberfläche und alles. Da sieht man dann die Gewindestifte rausschauen. Das sind dann vier Stück. Die habe ich dann später nochmal abgedichtet, dass da kein Wasser reinläuft im Winter. Jo, dann ging es weiter zur Wärmepumpe. Das heißt, ich habe als allererstes mal das Blechgestell, das da drumherum war, erstmal abgebaut. Und dann war ich draußen erstmal soweit fertig. Dann ging es noch weiter mit Hydraulik und Elektrik. Das sind noch zwei große Punkte. Ich habe dann erstmal mit der Elektrik angefangen. Ja, Elektrik heißt, ich habe bei mir im Batterieraum hinten, habe ich erstmal einen neuen Verteilerkasten gesetzt. Vorher war ein zweireihiger drin, was natürlich viel zu klein ist. Ich kann euch empfehlen, baut es immer größer und immer doppelt so viel, wie ihr zuerst mal denkt. Das ist immer das Gleiche. Da kann man zehn Reihen haben, dann braucht man elf. Also es ist echt Wahnsinn. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal den vorhandenen Zähler, den ich ja schon hatte. wieder eingebaut. Die Sicherungen, also diese Leitungsschutzschalter, die ich auch von vorher hatte, habe ich alles wieder verwendet. Das heißt, dreimal für die Inneneinheit und für die Außeneinheit. Also einmal für den Heizstab innen und für den Inverter draußen, also für den Verdichter. Und dann haben wir zwei Extrasicherungen. Einmal 16 Ampere für die Inneneinheit, also Pumpe und so weiter und Regelung. Und einmal für die Außeneinheit, also Lüfter und das Ganze. Davor hängt ein neuer, ja, FI-Typ B. Ich habe vorher einen drin gehabt, aber der ging dann kaputt. Und jetzt habe ich den, ja, neuen gekauft einfach. FI-Typ B auch gebraucht über Kleinanzeigen. Ja, schönen Gruß an der Stelle. War ein freundlicher, netter Mann. Ein Elektriker auch vom Beruf. War ganz cool. Ja, und da habe ich das Ding gekauft und dann habe ich erstmal da eingebaut. Ja, und davor sieht man jetzt da so einen Netzumschalter, so ein vierpoliger Netzumschalter. Relativ günstiger. 63 Ampere steht drauf. Ja, muss er nicht leisten. Und der hat den Sinn, dass ich im Notfall, also wenn irgendwo ein Problem wäre mit der Stromversorgung oder so, habe ich eine Insel. Ja, das heißt, meine Victron-Anlage kann ja eine Insel irgendwo aufbauen, ein Drei-Phasen-System. Und da kann ich dann quasi umschalten und die Wärmepumpe erstmal weiter betreiben. Ja, das habe ich das Ganze dann mal so eingebaut und dann war ich mit der Elektrik an der Stelle auch erstmal fertig. Dann ging es weiter zur Hydraulik. Ja, Hydraulik ist immer ein bisschen, ja, Dreckarbeit, sage ich mal, im ersten Moment. Vor allem beim Ausbau, ja, aber erstmal alles soweit ausgebaut und gereinigt, soweit es irgendwie ging. Erstmal alles auf den Haufen geworfen. Alles in so eine Kiste Reihe, was ich alles an Teile habe. Teilweise Altbestand noch, teilweise war noch in der Kiste was drin bei mir. Ich habe erstmal geschaut, wie ich das Ganze jetzt hydraulisch alles anfahre. Ja, das heißt, ich habe erstmal geschaut, die ganze alte Hydraulikgruppe komplett zerlegt, den Schlammabschalter raus, das Überströmventil brauche ich ja dann nicht mehr. Ich habe alles mal so weit, wie es irgendwie ging, vereinfacht. Ja, und interessanterweise wird das System immer einfacher, ich brauche immer weniger Teile und gleichzeitig wird das Ganze immer effizienter. Ja, aber das sieht man dann auch nächsten Winter wieder. Ja, was habe ich dann sonst noch umgetüdelt? Ja, ich habe erstmal alles natürlich eingehanft. Ich arbeite gern mit so einem Dichtungshanf, weil es einfach dicht ist. Man kann das im Nachhinein noch eine halbe Umdrehung verdrehen, hin oder her. Es bleibt auch dicht. Also meiner Meinung nach ist es für Privatleute mit ein bisschen Übung natürlich Hanf immer noch fast das Beste. Was habe ich geändert? Die größte Änderung ist, wie gesagt, einmal das Überströmventil, das habe ich entfernt und das originale Rückschlagventil. Ja, vielleicht kommt da jetzt auch noch ein schöner Brief oder eine E-Mail von Wolf, kann man mir vorstellen. Also ich habe das originale Rückschlagventil, das eingebaut war, ja, ich kann es mir ganz kurz zeigen. Das ist dieser Pinöppel, sage ich mal, der voll im Volumenstrom drin hängt. Und dieses Teil, ja, ist halt draußen in der Außeneinheit. Das mag irgendeinen Sinn haben, ich habe einen Sinn nicht ganz verstanden, warum das in der Außeneinheit sitzen muss. Ich meine, warum es drin ist, verstehe ich. Wenn jetzt irgendwas auffrieren sollte, wie auch immer, was kaputt geht am Plattenwermetausch, dann kann Propan theoretisch in den Rücklauf drücken. und der Abscheider für das Gas ist auf dem Vorlauf von der Wärmepumpe oben und deswegen darf da nichts in den Rücklauf drücken. Deswegen ist da so ein Rückschlagventil drin. Und ja, doof ist halt die Position. Das heißt, wenn jetzt im Winter irgendwas ausfällt, pumpentechnisch, muss ich halt im Winter halt rausgehen und draußen halt einen extra kleinen Hahn öffnen, die Maschine zerlegen, den Deckel runternehmen und so weiter. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf und deswegen habe ich das ausgebaut. Ja, und beim Ausbau habe ich auch festgestellt, dass es vielleicht strömungstechnisch vielleicht, naja, nachher vielleicht besser ist. Kann ich aber nicht beurteilen. Wie gesagt, das ist nur mein Bauchgefühl, mein persönliches Bauchgefühl. Auf jeden Fall habe ich dieses Teil halt rausgerupft und habe das Ganze dann ersetzt durch eine Rückschlagklappe. Da habe ich auch Vorbild rumgesucht, dass ich eine raussuche mit relativ wenig Druckverlust. Das ist eine nicht federbelastete Rückschlagklappe. Da muss man halt die Einbaulage beachten. Nicht Metalle stichten, sondern da ist schon ein Gummi auch mit drauf. Und das hat halt quasi gar nichts an Druckverlust. Also kann man in der Tabelle nachschauen, das kann man echt komplett vernachlässigen. Ja, und dann habe ich das Ganze mal so irgendwie zusammengetüdelt, wie ich dachte, dass es irgendwie sinnvoll sein könnte. Erkläre ich mir ganz kurz. Da von rechts ist quasi der Heizkreis, der Rücklauf, also das kalte Wasser von den Heizkörpern. Das geht dann erstmal über ein Ausdehnungsgefäß und über so eine Füllarmatur, dass ich die ganze Anlage füllen kann. Dann geht es über eine Absperrung, über eine Pumpenverschraubung. Dann kommt der eigentliche Wärmemengenzähler und der Schlammabscheider, ein Sieb. Das ist die Rückschlagklappe, die ich gerade angesprochen habe. Und dann nochmal eine Pumpenverschraubung und eine Absperrung. Warum das Ganze? Ja, ich kann jetzt natürlich hier absperren und hier absperren. Und dann kann ich den ganzen Kleideradatsch da in der Mitte, wenn es sein müsste, einmal ausbauen. Es kann halt mal auch was kaputt gehen, undicht werden, whatever. Und somit ich das auch tauschen kann, die ganze Anlage auch warten kann, dass ich hier aufschrauben kann, für das Dreck entfernen und den Schlammabscheider einmal spülen kann. Dafür kann ich da Absperrungen, habe ich halt da drin, das Ganze. Jo, das ist quasi, das geht dann von der Wärmepumpe, von der Inneneinheit in den Vorlauf vom Heizkreis. Da habe ich erstmal einen Mikroblasenabscheider noch drin, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe ihn jetzt drin, weil ich es für sinnvoll halte. Und danach ist noch ein Kugelhahn, der gleichzeitig auch den Fühler, den direkt tauchenden Fühler für den Wärmemengenzähler beinhaltet. Also hat man zwei Fliegen mit einer Klappe, ich kann hier und hier absperren für den Heizkreis und dann passt das eigentlich an der Stelle schon. Und mehr ist da eigentlich nicht drin. Der Schlammabscheider bekommt natürlich noch diese Magnete, die ich immer habe. Die hat der jetzt nicht, die neuere Variante hat einen Magnetstab, glaube ich, drin. Hat der jetzt aber erstmal nicht. Deswegen habe ich das halt nachgerüstet mit so einem Magnet. Dann ging es weiter. Wie gesagt, hydraulisch habe ich es soweit erstmal fertig geplant gehabt, ein paar Sachen schon installiert. Dann ging es weiter mit Kernbohrung. Platte war außen dann dabei ausgehärtet. Dann habe ich erstmal Kernbohrungen draußen gemacht. Keller, 45 cm, purer Beton, wahrscheinlich noch vom Bunkerbau übrig geblieben. Ich habe keine Ahnung. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich habe zwar keine extrem hochwertige Maschine, aber ungefähr pro Loch eine Stunde. Das hat sich schon gezogen. Ich habe da immer so ein HT-Rohr dann gleich reingesteckt. Vom ersten auf den zweiten, vom zweiten auf den dritten. Damit man da ein bisschen besser zielen kann und dass das Ganze ein bisschen gerader wird. Ich habe die Bohrungen schräg setzen müssen, weil ich innen sonst nicht vorbeikommen wäre am Abwasserrohr. Und deswegen sind es eben 45 cm. Ich glaube, die waren dann irgendwie so 42 oder irgendwie sowas. 42, 43. Also schon viel. So schaut das Ganze dann aus nach dem Durchbohren. Außen hat man irgendwie Ziegel teilweise mit drin gehabt. Und dann war halt purer Beton bis nach innen. Ja, Glück gehabt, dass kein Felsen drin war. Das waren die Ausbeute. Ja, schon ein paar so Brocken drin gewesen, aber es war nicht so dramatisch eigentlich. Ich habe echt noch mal Glück gehabt. Hydraulik im Keller habe ich auch was geändert. Sieht man hier, ich habe, hier ist von der Wärmepumpe kommend, also links geht es zur Wärmepumpe, zur Innenheit und rechts zu den Heizkreisen. Hier ist auf Deutsch gesagt der Sternpunkt, ja, hier so. Und da geht es einmal mit dem 26er Sunnypex, oder, ne, mit dem 26er Sunnypex weiter zu den oberen zwei, ja, Obergeschoss quasi, also erste und zweite Obergeschoss. Und hier geht ein 26er Sunnypex zum Erdgeschoss, ja. Der Hauptvolumenstrom, oder der, ja, der meiste Volumenstrom geht aber gerade durch. Deswegen habe ich das so gewählt, dass ich hier den meisten Volumenstrom eben hier gerade durch habe, vom T-Stück. Sollte man auch ein bisschen darauf aufpassen. Das ist Druckverlusttechnisch so mit Sicherheit auch ein Ticken besser nochmal. Die ganze Hydraulik habe ich dann erstmal angebaut und erstmal abgedrückt, ob das alles soweit dicht ist und so weiter. Und habe das Ganze dann, ja, einmal laufen lassen kurz. Und, ja, war erstmal soweit dicht, alles gut. Und, ja, schaut dann im Endeffekt so aus. Ja, warum habe ich das so hässlich gebogen? Ich habe ein paar schöne Kommentare irgendwo so angemerkt. Ja, ich habe es mir darauf ankommen lassen. Ich habe mir schon gedacht, dass da ein paar Kommentare kommen. Das ging mir rein um die Strömung, Strömungstechnik. Klar ist es so nicht schön und das Rohr ist echt eine absolute Katastrophe zu biegen. Also, gerade hier links schaut echt scheiße aus, muss ich sagen an der Stelle. Ging aber nicht anders und ich wollte hier keine so eine 90-Grad-Ecke reinbauen. Weil 90-Grad-Ecke bei Sunnypex hat irgendwo Druckverlustmäßig irgendwo, ich glaube, 1,2 Meter Rohrlänge. Also, äquivalent zu 1,2 Meter Rohrlänge. Und das fand ich schon ein bisschen heftig und wollte ich eigentlich vermeiden. Und deswegen ist es da so komisch irgendwo gebogen, ja. Wie habe ich das gebogen? 32er Rohr, ja, natürlich übers Knie. Nee, Spaß. Ich habe mir da so eine Leere gebaut oder so eine Holzschablone gebaut, weil ich das einfach nicht hatte. Und damit das Rohr nicht knickt, habe ich da quasi so zwei so Wangen angebaut, ja, dass ich das irgendwo vernünftig biegen kann. Ging besser als erwartet, muss ich sagen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt vernünftig biegen kann. Jo, dann geht es von Inneneinheit hier weiter über zwei Absperrungen und dann zur Außeneinheit, ja. Wie ich vorher gesagt habe, mit diesem Rückschlagventil kann ich jetzt hier rechts im Notfall quasi absperren. Also, diese zwei Schieber schließen. Und kann dann hier oben an den zwei Hähnen öffnen. Und dann laufen diese, ja, diese zwei Rohre, die rausgehen, die haben ein leichtes Gefälle nach innen, laufen dann komplett leer. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Da muss man nicht rausgehen, wenn irgendwas wäre und die Maschine zerlegen, was nämlich irgendwo schon Blödsinn ist. Da gehen dann die Rohre, äh, die Kabel auch mit raus. Also einmal Drehstrom, einmal 230 Volt, einmal der Außentemperaturfühler. Und hier kommt das Kondensat rein. Schaut ein bisschen abenteuerlich aus. Musste ich aber leider so machen, weil ich eben hier, ja, wegen Abfluss, das funktioniert einfach nicht, ja. Ich habe ein gewisses Gefälle. Das Rohr hängt quasi fast an der Decke, sieht man hier ein bisschen. Das heißt, ich muss da so hoch rein, ja. Dann habe ich hier noch einen Siphon dran gebastelt, ja, dass ich irgendwo meine gesetzliche Sache auch einhalten kann, wegen Propan. Und, äh, weil mir das noch nicht gereicht hat, äh, im Sommer wird es wahrscheinlich leer werden, hat man gedacht. Habe ich da oben, sieht man es ein bisschen, habe ich noch eine Rückschlagklappe eingebaut. Das hat zwei Gründe. Einmal, wie gesagt, ich denke, dass es im Sommer austrocknen wird. Und, äh, die Klappe verhindert dann halt auch, dass die Gase, ähm, zur Wärmepumpe gehen, ja. Kanal, Gas und Alu-Wärmetauscher ist immer ein bisschen nicht so gut. Deswegen habe ich da oben so eine Klappe eingebaut, ja. Ja, gesagt, gefüllt habe ich die ganze Anlage wieder mit meinem selbstgebauten Befüllarmatur, ja, Befüllpumpe. Habe ich schon mal ein Video darüber gemacht. Total primitiv. Dementsprechend brauche ich natürlich auch keine Filterkartusche und den ganzen Gerödel da. Das heißt, ich habe hier das alte Wasser, das ich rauslassen habe, habe ich auch wieder reingemacht. Ja, da ist ja eh so ein Korrosionsschutz mit drin. Und fertig aus, ja. Da habe ich gar nicht rumgemacht. So genommen, wie es war und das Wasser auch wieder verwendet. Ähm, dann war ja eigentlich schon alles, ja, soweit angeschlossen. Das heißt, Elektrik war fertig, Hydraulik war erstmal fertig. Und dann habe ich, ähm, ja, draußen erstmal einen hydraulischen Kurzschluss gebaut. Ja, die Wärmepumpe war ja noch nicht da. Dann habe ich erstmal das so grob miteinander verbunden auf die Schnelle und mal geschaut, was an Volumenstrom da durchgeht. Ja, das waren dann irgendwo so zwei Kubikmeter in der Stunde. Also war es schon mal ein guter Ding, dass es dann ausreichen könnte mit den 1620 oder so, die man mindestens braucht für die Wolf CA. Die Wolf ist auf dem Gebiet eine kleine Zicke, das sage ich auch. Also die braucht schon Volumenstrom, wirklich viel Volumenstrom im Vergleich zu anderen. Wirklich viel. Ist halt so. Wenn man es weiß, muss man die Anlage gleich richtig planen. vor Anfang an. Und dann funktioniert das natürlich auch. Ist kein Problem. Ja, dann habe ich noch das Gestell gebaut. Das ist jetzt in dem Fall alles auch so Item-Nachbau, Alu-Profilen. Schaut jetzt sehr, sehr windig aus. Ist aber mordsmäßig stabil, weil ich halt überall meine Dreiecke drin habe. Dreieck ist das A und O in der Statik. Und dann hält das. Also das ist, fehlt sich nichts. Ist kein Problem. Dann war ich eigentlich soweit fertig, dass die Wärmepumpe kommen kann. Ja, das, wie gesagt, ich habe es dann runtergehoben vom alten Sockel auf so einen Wagen drauf. Und ja, und dann ging es mit dem, da sieht man den Wagen nochmal, genau. Habe ich ausgeliehen von mir in der Arbeit. Und das Hebegeschirr auch. So einen kleinen, ja, so einen Keran quasi. Und den Keran habe ich oben an den Balkon gehängt. Das zeige ich euch gleich. Hier sieht man so einen Spanngurt, so diagonal rüberlaufend, was auch der für einen Sinn. Die Wärmepumpe ist auf der rechten Seite deutlich schwerer, wegen Verdichter. Das ist ja so ein richtiges Eisenschwein, der Verdichter. Also richtig, richtig massiv. Ich denke, dass das von der Haltbarkeit auch ganz gut ist. Und dementsprechend ist das halt hier deutlich schwerer. Deswegen habe ich da so einen Spanngurt quasi unten durch. Und damit das Ding halt gerade hängt. Ja, wie wird den Kran befestigt? Auf dem Balkon oben, Arbeitssicherheit sagt Juhu. Wie gesagt, dieses Geländer da vom Balkon habe ich selbst befestigt. Ich weiß, dass es hält. Da sind jeweils 12er oder 14er Gewindestangen mit zwei Komponentenmörteln eingeklebt. Zwei hier, zwei da. Da passiert nichts. Also so einen Holzbalken quer hingeworfen, Schlupf drumherum. Unten den Kran dran oder diesen Kettenzug. Und ja, und dann war die Maschine auch schon oben. Also das ging dann ratzfatz, einmal angehängt und zack war das Ding oben. Bevor ich es raufgestellt habe, ja genau, das sind diese Gewindestifte. Ich habe bei der Wolf unten die originalen Füße ausgebohrt. Da ist ja so ein Gewinde drin. Das habe ich ausgebohrt. Und diese Gummifüße, die original dran sind, habe ich auch ausgebohrt. Und habe die quasi verkehrt rum da drauf gelegt. Mit ein bisschen Fett, dass nichts rostet erst mal. Und dann steht die Wärmepumpe halt auf diesen originalen Gummifüßen halt nur verkehrt rum drauf. Funktioniert ja genauso. Und dann habe ich erst mal eine sauberne Auflage. Ja, und dann hat es einmal Wupp gemacht. Und die Maschine war oben. Da sieht man jetzt wieder diese Gummifüße liegen da sauber drauf. Und ja, und dann habe ich erst mal geschaut, wie ich das Ganze mit der restlichen Hydraulik machen kann. Und das ging dann zum Glück gut. Ja, wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen geplant, dass das einigermaßen parallel alles läuft. Vorlauf, Rücklauf und Kondensatablauf. Alles schön ganz nah nebeneinander. Da kommt jetzt dann insgesamt nochmal Dämmung rum. Das muss ich erst noch machen. Ja. Hat den riesen Vorteil, wenn man das so macht, dass, weil eben das Ganze nochmal eingepackt ist, die Kondensatleitung, also dieses 50er HT-Rohr da, nicht einfrieren kann im Winter. Das ist ein entscheidender Vorteil, weil ich hier eben ein bisschen Abwärme habe von der Rücklaufleitung. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal vernünftig einpacke, dann passiert da erstmal nichts. Ja, so schaut das Ganze jetzt erstmal aus. Ja, also wie gesagt, die Maschine, wie gesagt, das ist alles optische Sache. Mir gefällt es so deutlich besser als vorher. Und wie gesagt, jetzt schaut es halt so aus. Ich habe halt diese Maschine halt sauber auf dem Sockel stehen, so leicht schräg. Dann geht die einem so extrem, also optisch ist es sehr zurückhaltend. Auch wenn es nicht so ausschaut, das Ding steht sauber in der Ecke drin. Das passt schon. Hier wird noch eine Weitwinkelaufnahme, zwar jetzt ein bisschen verzerrt, aber da kann man sich das Ganze ein bisschen vorstellen. Ich habe gesagt, das da hinten wird noch zugemacht. Auf der Rückwandseite quasi wird es noch mit Dämmung zugemacht, weil das Haus an der Stelle noch nicht gedämmt ist. Da war früher das Gashaisel für Propangas. Da waren zwei so Propangasflaschen drin. Das ist auch nicht mehr. Und von der anderen Seite schaut es dann so aus. Das heißt, hier sieht man dann noch ganz gut die Wärmepumpe, wie sie hier so seitlich sauber unter dem Balkon steht. Und die bläst dann von der Ausblas Richtung Südost quasi. Und kann erstmal keine kalte Luft von sich selbst ansaugen, weil die hat zwischen Garage und Hochbeet so ein Gang und da bläst die dann quasi durch. Das funktioniert dann. Da hat man auch keinen Kurzschluss von der Ansaugung. Ja, soweit so gut. Soweit steht die Maschine erstmal an der Stelle sauber dran. Also ich denke, dass das so schon an der Stelle passt. Und warum die letzte Zeit relativ wenig los war auf meinem Kanal, das hat irgendwo auch einen Grund. Ich habe ja, wie gesagt, eine Altbausanierung. Ja, blende ich jetzt nochmal zwei, drei Bilder ein. Einmal, ja, wie gesagt, wir bauen das aktuell ein bisschen um. Das alte Haus unten ist aus den 50er Jahren. Also Anfang der 50er Jahre ist es gebaut worden und dann aufgestockt worden. Das heißt, oben ein Stockwerk mit drauf, das natürlich dann länger war und breiter war, wie seit früher es üblich war. Und ja, drunter ist halt noch das alte Haus. Ja, und wer schon mal Häuser aus den 50er Jahren gesehen hat, hat man dann hin und wieder mal ein paar so Überraschungen. Das heißt, Fußboden zum Beispiel ist halt noch Holz. Das heißt, es war wirklich vom Schatzhof aus. Also nicht unbedingt cool, aber es war halt so. Und wie gesagt, es steht jetzt schon sehr, sehr lange. Ist alles zum Glück trocken. Wundert mich auch. Ich habe da unter der Tür aufmachen müssen. Das sind quasi, ja, man hat wahrscheinlich irgendwie so ein Magerbeton oder irgendwas so gehabt. Dann hat man so ein Ziegelteil anscheinend irgendwo hingelegt zum Nivellieren und dann Holzbalken drauf. Und ja, und das war der ganze Aufbau vom Fußboden. Dann Dielenbretter drüber und fertig. Und das war halt so. Wie gesagt, das ist immer noch stabil, komischerweise. Also obwohl es so alt ist. Und auf dem Ganzen ist dann ein Laminat oder so ein Fertigpaket war das, der ist geklebt worden. Den habe ich dann abgeschliffen. Ja, zeige ich euch dann auch gleich. Und dann, ja, wie gesagt, Altbau. Gibt es halt ein paar Wände, wo dann Putz komplett runtergeschlagen worden ist vom alten Bad. Wände total locker. Das war auch kein richtiger Mörtelnet. Keine Ahnung, was das alles war. Überall war ein Kamin durch. Also durch jede zweite Wand gefühlt ist irgendwo ein Anschluss gewesen für irgendeinen Kamin. Das ist auch ganz cool. Aber es war halt damals einfach so. Parkett, wie gesagt, was ich gerade angesprochen habe, hat vorher so ausgeschaut. Ist später mal reingekommen, klar. Aber ist natürlich auch schon ziemlich abgerannt gewesen. Und den habe ich jetzt halt, ja, geschliffen und komplett nochmal eingeölt zum Zwei-Komponenten-Öl. Ja, und ist deutlich besser geworden, als ich dachte. Das war vom Arbeitsaufwand, ich weiß noch, ob ich es nochmal machen würde. Das war schon, pfff, also, jo, also, das war schon echt brutal. Und dann ein paar Eckleisten noch ran und Mauer reparieren. Ja, wisst ihr, das ist im Altbau. Also, es ist immer irgendwas zu tun. Das wird jetzt eher noch einige Wochen mit Sicherheit noch ziehen. Da kommt noch eine neue Küche rein, Bödenreihe und so weiter. Wie gesagt, ich versuche jetzt noch zwei, drei Videos zu machen. Serial Battery steht noch auf dem Plan. Da kommt demnächst noch ein Video. Erklärung, Wärmepumpe. Da habe ich eigentlich schon, glaube ich, genug Videos gemacht. Hoffe ich, wenn noch Fragen offen sind von eurer Seite, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht noch das ein oder andere Video. Was mich aktuell ein bisschen aufregt, ist halt, ja, was heißt aufregt? Ja, es gab vor kurzem ja so eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem größeren YouTube-Kanal und mir. Und ja, wie gesagt, ich behaupte immer noch das Gleiche und ich werde auch einen Teufel tun und irgendwas zurücknehmen. Meine Meinung ist, dass die meisten Wärmepumpen einfach viel zu kompliziert eingebaut sind, viel zu teuer eingebaut sind und einfach, ja, viel zu viele Teile verbaut werden, die man eigentlich nicht bräuchte. Klar, es gibt gesetzliche Vorschriften. Das ist mir schon bewusst, ja, zum Beispiel wie Einzelraumregelung, von der man sich aber in der Praxis auch mal gerade im Altbau recht einfach befreien lassen kann. Es gibt auch gewisse Vorschriften, wie eine Wärmepumpe einzubauen ist wegen Garantie und so weiter. Das heißt aber auch nicht, dass man alles immer exakt so machen muss, ja. Ein Heizungsbauer ist für mich ein Heizungsbauer und kein Installateur. Das heißt, ein Heizungsbauer kann das auch umbauen, wie er meint, dass es richtig ist. Und ob dann die Garantie weg ist, ich weiß es nicht. Also, wenn das Ding in den Parametern betrieben wird, die der Hersteller vorschreibt, was soll bitte passieren? Ein Beispiel Pufferspeicher, weil das immer ein Thema ist und ich halt fast täglich irgendwelche Mails bekommen. Ein Pufferspeicher ist nicht dafür da, um irgendwelche nennenswerte PV-Erträge da drin zu speichern. Schlagt euch das bitte aus dem Kopf, das funktioniert nicht. Da reden wir im Bereich von 2000 Liter oder irgendwas sowas. Das macht keinen Sinn, weil ein Pufferspeicher mit 2000 Liter hat ja auch eine gewisse Abstrahlenergie oder eine Abstrahlmenge, die irgendwo dann im Normalfall irgendwo im Keller steht, weil ich stelle mir das Ding ja nicht ins Wohnzimmer und wenn der Keller vielleicht noch ungedämmt ist, dann macht das einfach keinen Sinn, so ein Ding zu betreiben. Speicher, Wärmespeicher bei euch ist euer Haus. Das heißt, eure Wände, eure Böden, eure Decken und so weiter, das speichert die Wärme. Und da kann ich auch Energie drin speichern. Und ein Pufferspeicher, der dann irgendwo im Bereich, keine Ahnung, bei 1000 Liter und 10 Kelvin irgendwo 11,6 Kilowattstunden speichern kann, was ist das? Was soll das? Das bringt nicht. Ich habe einen 1000 Liter Pufferspeicher rumstehen, der nichts bringt. Aus der Praxis nochmal. Also ich brauche eigentlich keinen, technisch gesehen, keinen Pufferspeicher. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nur, wenn die Anlage vor Anfang an falsch geplant wurde im Normalfall. Das heißt, ich habe irgendwelche zu dünnen Rohre oder im Bestand bin ich zu faul, dass ich das ausrechne. Ich habe keinen Bock drauf, irgendwo mit dem Kunden mich zu unterhalten, irgendwas zu planen. Dann baue ich einen parallelen Pufferspeicher ein und die Welt ist in Ordnung. Das funktioniert immer. Klar, so eine Anlage, da brauchen wir nicht drüber reden. Dann Pufferspeicher, 100 Liter, 200 Liter, Parallelspeicher, das funktioniert immer. Klar, läuft, taktet sich zu Tode, aber läuft. Und wenn dann die Maschine noch etwas zu groß ist, dann funktioniert das auch noch. Ein taktet ist halt ein bisschen mehr, das kann man dann mit Hysterese einstellen. Dann schaut es erstmal aus, als würde es relativ lang laufen. Trotzdem hat man Mischungsverluste. Das habe ich schon so oft erklärt. Es geht nicht um die Abstrahlung, es geht um die Vermischung von Vor- und Rücklauf. Und dann habe ich halt ein größeres Delta, das ich anheben muss und dementsprechend ist es erstmal kacke. Das ist einfach so. Es ist physikalisch herleitbar, es gibt diverse YouTube-Kanäle, es gibt diverse Formeln, wo man das Ganze nachschauen kann, sich das erklären lassen kann. Also das ist schon so. Und natürlich kann ich Hersteller verstehen. Selbstverständlich kann ich gewisse Hersteller verstehen, die sagen, wisst ihr was, wir bauen irgendwas für die breite Masse. Es ist halt nicht so effizient, es ist auch nicht gut, es sind viele unnötige Teile drin, die kaputt gehen, gewartet werden müssen und so weiter. Uns ist das egal, kann ich absolut nachvollziehen, dass das Hersteller an uns auch so denkt. Aber mir als Kunde ist es nicht egal. Das ist das, was ich damit sagen will. Ich hätte lieber gerne einen Heizungsbauer, der mir die Anlage vernünftig plant, vernünftig einbaut, auf das Haus abstimmt und ich einfach die ganzen Teile nicht benötige. Wenn ich kein Umschaltventil brauche, geht auch keins kaputt. Wenn ich keine Pumpengruppe, keine zusätzliche brauche, geht auch keine zusätzliche Pumpengruppe kaputt. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Und genau um das geht es mir. Das System, was ich jetzt habe, ist megamäßig simpel, einfacher, kann man es fast nicht aufbauen. Ich habe nichts drin. Ich habe zwei Rohre, Außengerät, das war es. Und das läuft sehr effizient und auch kommenden Winter wird es mindestens so effizient laufen wie im Winter davor. Und wo ist dann das Problem? Ich habe fast keine Starts, das Ding läuft perfekt durch. Warum baut das nicht jeder vernünftig so ein? Also gerade im Neubau macht es einfach keinen Sinn, einen Pufferspeicher zu verbauen. Da habe ich im Normalfall Fußbodenheizung oder eine... Wenn ich neu baue, kann ich halt die Rohre auch dicker machen. Wo ist das Thema? Und wie gesagt, das war der Grund. Und natürlich, klar, okay, wenn ich eine Kooperation habe mit irgendeinem Hersteller, was weiß ich, natürlich, klar, irgendwo muss das Geld herkommen, kann man das Ganze noch zertifizieren als Werbung, wunderbar. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das einfach viele Leute anschauen. Und das ist völlig falsche Information für die Leute. Wärmepumpen sind nicht vor Grund auf teuer. Die werden halt teuer gemacht künstlich. Dann kommt eine Förderung obendrauf. Dann kann man voraus mehr verlangen, weil der Staat ja auch was damit dazu sponsert irgendwo. Wärmepumpen sind aber vor Grund auf nicht teuer. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Es gibt genügend Leute draußen, die DIY-mäßig was einbauen. Es gibt auch genügend vernünftige Heizungsbauer, zum Glück, die günstige Wärmepumpen gut einbauen, ohne Pufferspeicher, das Ganze irgendwo richtig ausrechnen, sich die Zeit nehmen, mit dem Kunden das durchzugehen. Ein Lob an solch eine Heizungsbauer. Wenn jemand nur einfach Seishima F in jedes Haus irgendwo einbaut, dann kann ich das einfach nicht gut finden. Das ist meine persönliche Meinung. Und um das ging es. In dem Sinne, macht es gut. Wie gesagt, demnächst kommen noch ein paar Videos zu Serial Battery und kommen im Winter natürlich wieder die ganze Auswertung. Deswegen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.